Nach Affärengerüchten eine offenbar bestens gelaunte Melania Trump, 47, zeigte sich neben US-Präsident Donald Trump, 71, bei der Begrüßung des australischen Premierministers und dessen Frau. Nach den Gerüchten um frühere außereheliche Affären von Donald Trump hatte man das Paar zuletzt nicht oft gemeinsam gesehen. Nun strahlte die First Lady aber vor dem Weißen Haus in die Kameras, als sie mit ihrem Mann Malcolm Turnbull, 63, und dessen Frau Lucy, 59, empfing. Melania Trump trug zu diesem Anlass einen goldbesetzten, zweireihigen Mantel von Dolce, Wert von etwa 3.600 Dollar, 3.000 Euro. Dazu kombinierte sie hohe, goldene Schlangenleder-Stilettos. Bereits nach dem Amoklauf an einer Schule in Florida stand Melania ihrem Mann vor kurzem zur Seite. Das Paar hatte den verletzten Opfern einen Besuch im Krankenhaus abgestattet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017